Uuuuh, zurück, düstere Stimmung, ja, nein, das passt nicht zur Stimmung, na, in, ähm, ja, das sieht jetzt ziemlich schlecht aus, ich meine, wir haben ihn gerade geschafft, das ist die Scheiße, also, wir haben ihn nochmal trainiert und zack, beim ersten Mal geschafft, ein bisschen verarschen, wir labern nicht nur so, das stimmt ehrlich, aber wir haben einen guten Trick gelernt, die Crew kann man gut abdrucken, okay, ich fähre die Roboter in den, ich habe ja nicht gefangen, aber der hat 300, der block, hat den. Oh, was macht der jetzt, BAM, ich schieße nochmal, also. BAM, Tuk Tuk. Kann das sein, dass der abblock, den man jetzt gibt, den man schon mal hab, weiß ich. Nun kann ihn hier auch abblocken, dann so, schade. Ja, aber mit Fiffen würde ich mich. Gipp, gipp, gipp. Ok. Nochmal! Keiner! BAM! Ah, der war schön. Ich schieße nochmal. Ich würde ihn mal schießen. Ok. Ich schieße nicht mal wieder. Ja, dann können wir uns aufs Dach beschreiben. Ich schieße jetzt gerade auch. Ach, Mann! Hör mir jetzt auch immer mit. Ja, er verliert seine Arme. Wir sind ja gerade so am... Wir sind ja gerade am Gewinn, oder? Komm, wir könnten ihn doch schaffen. Schon geiles Spieler. Die Roboterkämpfe sind hier in die Flucht. Ob es sich krank wird, wenn es so ansehen will, dann... Das muss ich sein, die Roboterkämpfe ist früher ab. Ich mache mit ihr aber völlig. Ich mache mit ihr noch. Ich mache mit ihr noch völlig. Wenn man das sehr billige Leichte sieht. Na, da. Oh, du bist jetzt. Oh, du bist jetzt hier. Ah, na also. So schwer war er ja auch nicht. Geht doch. Ich bin das von Anfang an gewusst. Okay er sagt Nein, wie konnte ich nur verlieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. es gibt ganz wenige karten japanische kennnissen zwinker zwinker schubs boimbo ich sage kapitel mein computer wackelt wenn ich kurz meinen fuß dagegen halte hahaha klingt ein gutes zeichen wir kommen aus dem spiel jetzt ja eine lustige story sequenz wie ein impact warum sitzt jetzt der fettzack daneben uns wir wissen es nicht ja der dicke typ da das stinkt und sind wir beide hochgefahren auf einmal und da die fliegende festung der hasen mein gott warum können die können ruhig einen neuen teil machen diesmal sind die gegner so Hello Kitty Typen das wär doch geil man Hello Kitty, er war eh schon in der Welt Kapitel 2 von wieder ein Berg ich dachte der Berg kommt nur schwitzt selber Kapitel 1 naja oh noch eine neue World Map warte wir gehen mal kurz zurück äh die Stadt können wir betreten oder wir können die zerstörte Stadt betreten lass mal rein ok aber können wir nicht schade ha lass uns mal weiter ok wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden ähm ja aber es soll ja Spielfluss entstehen wir noch einnehmen und mal sehen was uns jetzt in dem Level so erwartet eine Brücke oh und neue Gegner Lampen und maskierte Schirmträger und die Arena geht von alleine weiter also Squaldinger ist ja hier der reinste Faschel oh ne komm Haare wow afisch boah wäre das cool solche Haare uh ach geh du drauf heh ich kann blasen los mein Sklaven ja ja beim Bomben ich kann sogar springen ich kann springen ich kann springen oh und ich wär fast tot ok ich bin vorsichtig ich bin sehr vorsichtig ja ja du schaffst das mal das war eher gewagt hieß ich mags einfach wie man die Lampen so zerschneiden kann meine Güte Mist das war mies absolut absolut aber egal ja hohe ich war ich wollte da gerade drüber springen oder dachte ich mir nur zufällig so kann man leben Jenofeld ich hab genug Talent für uns beide wollte ich sagen aber ok gerade du hast du nur diesen guten Charakter ich will den auch mal na ja dann weiß ich einen Controller aber kill ihn oder renn weg renn weg spring weg na toll was jetzt jetzt sind wir verloren shit moai du bist auch echt egal so viel Schiss aber sterben gehört dazu ja wir alle sterben merkt euch das hm ok nochmal nochmal und jetzt ähm keine Zeitverschwendung mehr jetzt rocken wir ich rocke eh ah wir haben den Checkpoint das ist das gute wir hatten den Checkpoint erreicht du könnt jetzt da auch starten wir sind eh mal so locker ja ob man es nennen kann oder einfach nur Gnadeentwickler was jetzt weiß dann echt ein bisschen einfacher weil ja weil wir können erstens zu zweit raus schlagen und zweitens von beiden Seiten blocken ja ne ja das ist gut ja das ist gut auf den anderen der nicht kommt ne ich wollte den Bomben weg springen nein na leide boah war das knapp ja alleine ich hab ja nur Münzen verliegen cool der Stock müsste voll weg ok hat er jetzt haha typisch ja ja ich hab immer gefragt was für ein Typen wir spielen der Typ heißt Sasuke nicht der aus Saruto ähm jedenfalls er ist echt Sasuke ja der heißt Sasuke aber Sasuke heißt ja auch Ninja auf ähm mit der Banis war so und daher ich kann ja auch Sasuke nennen ja Sasuke ist eigentlich so spricht man hier richtig aus Sasuke Sasuke auch beim Naruto OpenAner wird der Spuren haben immer falsch ausgesprochen so richtig Sasuke Boah wie schlimm das war aber ja 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 keiner oder mehr nicht mehr so richtig ich kann wieder Kunas werfen ja Kunas sie ist ja alles in Naruto wissen naja nein ja ja Geiler den Wienbach das gleiche Hände hab schon erwartet Oher diesmal war es überhaupt gut gelöst man kann das Spiel auch auf N64 zu viel spielen ist das eigentlich ganz lustig wenn da so viele Leute auf den Biber drauf springen ja ja viele Leute ja egal ähm ihr könnt es das Level auswählen will zu oben oder und hm hm nee oben das sind wir also viel mit Spielen glaube ich meine ja kann gut sein sehr viel mit Stacheln räumen Warte ich will ein bisschen Teamwork ich gehe hier hin dann kannst du hier drauf und mich hochschmeißen ähm das war echt ein bisschen unprofessionell Dankeschön du müsstest mal aufpassen geh da drauf ach so wir haben ja wieder Leben ach so ja war das nicht so du bist schwerer als dich oder kann das sein ja weil du so ein kleiner Zwerg bist ja dann lass mal sitzen ok dann spring rüber spring rüber ja ich trau mich noch nicht halt dauert nur so seine Zeit alles so ja da ist die Böse ich hole ihn für dich runter los komm hoch du schaffst es zu mir rüber ich bin ja runter geholt du könntest auch so ja wir müssen uns synchronisieren jetzt müsstest du es schaffen jetzt ist leicht war Vorsicht vor meiner Sprung nach sich das ist echt blöd wir brauchen lange aber ok warte warte wir warte ab 3 1 2 3 dann bist du nicht so gut 1 2 3 wir können nicht synchronisieren wir haben keine Symbiose zueinander aber du kannst so hoch springen oh was war das denn das war ja mal fies fiese entwickler ja danke jetzt kannst du drauf springen einfach der kann nicht so weit das ist voll böse jetzt hier jetzt schaffst du es auch du bist jetzt bei uns anders da kann ohne meinen oh ja stimmt das coole ist ja man kann jederzeit auch den Spielstamm wieder zu eins spieler also der kann nicht mehr da ist kann ich es auch mal alleine spielen oh ja wenn man mal verletzt ist kann man nicht springen das ist echt mies sorry aber ich hab ja noch Leben dran ich wollte sich gerettet ach toll das kann ich noch eins von dem Jahr an 8 2 Sternchen nein Zwinker Zwinker Schubsbräume ich glaube ich kann da nicht so ach ich mag diese Flüsse oh oh was ist das denn oh das ist ja mal hammer krass heftig scheiße nur noch ich lebe so muss es sein nein ja das hat das Fakt ist das denn oh Gott egal gehen wir unter den Weg kommen ja wir gehen ein bisschen Nubi aber auch gehen ich versuche es einen französischen Akzent mal einzunehmen in japanischen Spiel okay Kai lachst du uns jetzt in den Wald der Schmerzen jeden weil der Schmerzen ähm ja einige Insider aus meinem Freundeskreis wissen was ich meine aber okay lasst du hier einfach rüberspringen klappt das klappt ich frag mich gerade welchen Freundeskreis ja ich hab doch gar keinen ich hab keine Freunde ich hab dich ja nur bezahlt damit du hier mit mir spielst ist ja klar ja deswegen nur 850 Geld tue ich alles ja nein keine Mails schicken hm ja ne ah ja ich hab meine Sprint manchmal nicht das ist echt blöd für Geld schlafe ich sogar mit meinem Vater ich weiter sagen warte 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 ich will mit Münzen werfen ich mit Bomben alle kommt es soweit er hat seine Arme hätten die weiter bauen sollen ne meine Arme können auch länger sein finde ich entweder meine Eltern oder Gottmiss gebaut jetzt hab ich keinen Silber nehmen komm lass uns bei einem wir schaffen das Level noch in dem Part da komm wir mit Münzen oder so wir haben noch 45 Sekunden weil ich ja ja lila Häschen uoooh lieber Vorsicht ne ja Vorsicht Rennen Rennen ah Fettsack nein muskulös war der Typ eigentlich bei ihm ist alles fett ja hier der Elefant das auch fett tröt die oh tröt die erst ok dann ähm wir könnten jetzt Pause machen wir rennen aber noch soweit es geht ja wir spielen einfach komm 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 ich kann nicht auf dich warten ok das dauert mir jetzt so lange ich drücke Pause sooo dann ähm entschulde ich dass das wir jetzt so am Abblusen waren aber jetzt geht weiter im nächsten Part Schegen